Wir sind eben nicht mehr unter der Wahrnehmungsgrenze. Man muss uns mittlerweile auf mehreren Ebenen bekämpfen und mundtot machen. Genau deshalb versuchen sie es jetzt über einen Slab. Es wird interessant sein, um zu sehen, ob dieser Slab nicht ein Salto Mortale für die Atesia selbst wird. Und ich glaube, sie spüren eigentlich schon, dass ihre Meinungshochheit, ihre Deutungshochheit in Südtirol schwindet. Das ist natürlich nicht nur unser Verdienst, das ist der Verdienst von vielen anderen Herausgebern und Journalisten. Und das leitet jetzt eine Phase ein, auf die man stolz sein kann und die man jetzt wirklich professionell weiterentwickeln muss.